Lektion 1, Herausforderungen meistern Hallo Anna, hast du gestern das Rennen gesehen? Hallo. Ja, habe ich. Es war ziemlich intensiv. Unbedingt. Aber hast du den Athleten bemerkt, der verloren hat? Ja, armes Ding. Ich frage mich, was passiert ist. Vielleicht haben Sie einen Muskel in Ihrem Bein gezogen. Das kann sehr schmerzhaft sein. Es stimmt, Verletzungen können für jeden Sportler ein Rückschlag sein. Es ist beeindruckend, wie Sie das Rennen trotz der Schmerzen trotzdem beendet haben. Ja, es zeigt Ihre Entschlossenheit und Belastbarkeit. Genau. Sie gaben nicht auf, auch wenn Sie mit Widrigkeiten konfrontiert waren. Das ist eine wertvolle Lektion für uns alle, weiterzumachen, egal was passiert. Absolut. Die Bewältigung von Herausforderungen macht uns stärker. Und das gilt für mehr als nur Sport, oder? Definitiv. Es ist eine Denkweise, die wir in allen Lebensbereichen anwenden können. Ich stimme zu. Wir sollten uns immer bemühen, Schwierigkeiten zu überwinden. Absolut. Es ist der Schlüssel zu persönlichem Wachstum und Erfolg. So wahr. Wir sollten Herausforderungen als Chancen begreifen. Gut gesagt. Denken wir bei unseren eigenen Reisen daran. Auf jeden Fall. Lasst uns weiter voranschreiten, egal was passiert. In der Tat. Das ist der Geist. Lektion 2. Komfort beim Online-Shopping Hey Anna, hast du versucht, online einzukaufen? Hallo. Ja, habe ich. Das ist ziemlich praktisch. Unbedingt. Sie können alles bequem von zu Hause aus bestellen. Das spart so viel Zeit und Mühe, nicht wahr? Definitiv. Keine überfüllten Geschäfte oder langen Warteschlangen mehr. Außerdem können Sie ganz einfach Preise vergleichen und Bewertungen lesen. Es stimmt, es hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich mag auch den Lieferservice vor der Haustür. Es ist so praktisch, besonders für sperrige Gegenstände. Und Sie können jederzeit einkaufen, Tag und Nacht. Das ist das Schöne an Online-Shops. Sie schließen nie. Genau. Es ist rund um die Uhr zugänglich und verfügbar. Mir ist auch aufgefallen, dass Online-Shopping eine größere Vielfalt bietet. Ja, Sie können einzigartige Produkte aus der ganzen Welt finden. Es eröffnet eine ganz neue Welt von Möglichkeiten. Und viele Online-Shops bieten Rabatte und Angebote. Das ist eine großartige Möglichkeit, etwas Geld zu sparen. Unbedingt. Es ist eine Win-Win-Situation. In der Tat hat das Online-Shopping die Art und Weise, wie wir einkaufen, verändert. Es hat das Einzelhandelserlebnis revolutioniert. Und es wird von Tag zu Tag beliebter. Ich verstehe warum. Es ist praktisch, praktisch und macht Spaß. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns das digitale Zeitalter des Einkaufens begrüßen. Absolut. Das ist der Lauf der Zukunft. Gut gesagt. Viel Spaß beim Einkaufen. Lektion 3 Zugriff auf das Drucken Hey Anna, weißt du, ob ich mit meinem Laptop auf den Drucker zugreifen kann? Hallo. Ja, das kannst du. Der Drucker ist mit dem Netzwerk verbunden. Das ist großartig. Das ist praktisch für das Drucken von Dokumenten. Unbedingt. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. In Ordnung. Ich denke, 10 Seiten werden für meinen Bericht ausreichen. Das sollte ausreichen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Druckereinstellungen überprüfen. Das werde ich tun. Ich möchte, dass es doppelseitig ist, um Papier zu sparen. Das ist eine gute Idee. So ist es umweltfreundlicher. Ich werde auch überprüfen, ob der Schwarz-Weiß-Druck eingestellt ist. Gute Überlegung. Farbtinte kann teuer sein. Genau. Ich spare lieber bei den Druckkosten. Vergessen Sie übrigens nicht, das Papierfach nachzufüllen, wenn es leer ist. Danke für die Erinnerung. Ich sorge dafür, dass es aufgefüllt ist. Kein Problem. Wir alle müssen unseren Teil zur Wartung des Druckers beitragen. Absolut. Da es sich um eine gemeinsam genutzte Ressource handelt, ist es wichtig, rücksichtsvoll zu sein. Und denken Sie daran, wenn Sie Probleme haben, informieren Sie die IT-Abteilung. Das werde ich tun. Sie können Fehler beheben und alle Probleme beheben. Das ist richtig. Sie sind da, um uns bei technischen Schwierigkeiten zu helfen. Ich schätze Ihre Unterstützung. Das erleichtert uns die Arbeit. Auf jeden Fall. Jetzt sind Sie bereit für den Druck. Ich danke dir. Ich fange jetzt mit meinem Bericht an. Viel Glück. Ich hoffe, Ihr Druck läuft reibungslos. Danke. Ich lasse Sie wissen, wenn ich weitere Hilfe benötige. Lektion 4 NCAA-Ausgleich Hey Anna, hast du von der jüngsten Entscheidung der NCAA zum Ausgleich gehört? Hallo. Ja, es war ziemlich überraschend. Sie haben eine Kehrtwende gemacht. Ich freue mich, dass Sie die Notwendigkeit einer Gleichbehandlung erkannt haben. Es ist wichtig, dass jeder eine faire Chance hat, erfolgreich zu sein. Unbedingt. Es gleicht die Wettbewerbsbedingungen für alle Athleten aus. Und es entspricht den Prinzipien von Fairness und Gerechtigkeit. Es ist toll zu sehen, dass Institutionen Verantwortung für Gleichstellung übernehmen. Ich hoffe, dies führt zu einem inklusiveren Sportumfeld. Ich glaube, das wird es. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, wie sich das auf die College-Leichtathletik auswirken wird. Ich auch. Es wird interessant sein, den Fortschritt zu verfolgen. Sportstudenten verdienen gleiche Unterstützung und Chancengleichheit. Unbedingt. Ihr Engagement und ihre harte Arbeit sollten anerkannt werden. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie sich sowohl in der Wissenschaft als auch im Sport auszeichnen. Sie verkörpern wirklich den Geist, Prioritäten abzuwägen. Es ist ein Beweis für ihre Entschlossenheit und Ausdauer. Ich bin gespannt, was die Zukunft für den Hochschulsport bereithält. Definitiv. Lassen Sie uns weiterhin die Gleichstellung in allen Lebensbereichen unterstützen. Gut gesagt. Zusammen können wir einen Unterschied machen. Absolut. Setzen wir uns für Ausgleich und Fortschritt ein. In der Tat. Seien wir Agenten des Wandels. Danke für dieses Gespräch. Es war aufschlussreich. Ebenso. Bleiben wir auf dem Laufenden und setzen wir den Dialog fort. Absolut. Gemeinsam können wir eine inklusivere Gesellschaft schaffen. Absolut. Lasst uns auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Lektion 5 Reiseprämien Hallo Anna. Hast du schon einmal Reiseprämien für Flüge und Hotelaufenthalte verwendet? Hallo. Ja, habe ich. Es ist eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen. Das klingt toll. Wie funktioniert das genau? Nun, Sie sammeln Punkte oder Meilen für Ihre Ausgaben mit bestimmten Kreditkarten. Also, je mehr ich ausgebe, desto mehr Prämien kann ich verdienen? Ja, aber es ist wichtig, verantwortungsbewusst und innerhalb Ihres Budgets auszugeben. Natürlich. Ich möchte keine unnötigen Schulden anhäufen. Verfallen die Punkte oder Meilen jemals? Das hängt vom Programm ab. Einige haben Ablaufdaten, andere nicht. Ich verstehe. Es ist wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu kennen. Absolut. Achten Sie darauf, das Kleingedruckte zu lesen und zu verstehen. Können Sie die Prämien für jedes Reiseziel einlösen? Im allgemeinen ja. Die Verfügbarkeit kann jedoch je nach Programm variieren. Gibt es Sperrdaten oder Einschränkungen? Einige Programme haben Sperrdaten oder sind in Spitzenzeiten nur begrenzt verfügbar. Das werde ich bei der Planung meiner Reise berücksichtigen. Es ist immer gut, eine gewisse Flexibilität bei Ihren Reisedaten zu haben. Fallen beim Einlösen von Prämien zusätzliche Gebühren an? Manchmal fallen Steuern, Gebühren oder Zuschläge im Zusammenhang mit Buchungen an. Ich werde diese bei der Berechnung der Gesamtkosten berücksichtigen. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, im Wohaus zu planen. Gibt es weitere Vorteile bei der Nutzung von Reiseprämien? Einige Programme bieten Reiseversicherungen und andere Vergünstigungen. Das ist großartig. Das bietet Mehrwert und Sicherheit. Auf jeden Fall. Es ist, als ob Sie zusätzliche Vorteile für Ihre Ausgaben erhalten. Ich freue mich darauf, Reiseprämien zu sammeln und einzulösen. Es ist eine lohnende Erfahrung, sowohl finanziell als auch in Bezug auf Reisen. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Informationen geteilt haben. Du bist willkommen. Ich helfe gerne. Sicher reisen. Danke. Dann lasse ich dich wissen, wie es läuft. Passt auf euch auf. Lektion 6, Zeitungsartikel Hallo Anna. Was denkst du über die verschiedenen Abschnitte einer Zeitung? Hallo. Ich finde es faszinierend, wie jeder Abschnitt unterschiedlichen Interessen gerecht wird. Unbedingt. Es ermöglicht den Lesern, eine Vielzahl von Themen zu erkunden. Mir gefällt besonders der Sportbereich. Es ist immer aufregend. Sport ist in der Tat ein beliebter Bereich. Es ist großartig für Fans und Enthusiasten. Es ist eine fantastische Möglichkeit, über die neuesten Spiele und Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben. Ich stimme zu. Der Sportbereich bietet eingehende Analysen und Highlights. Es ist interessant, über die Erfolge und Geschichten von Sportlern zu lesen. Definitiv. Sport kann Menschen inspirieren und zusammenbringen. Ein weiterer beliebter Bereich ist der Unterhaltungsbereich. Ja, es behandelt Filme, Musik, Prominente und mehr. Es ist eine unterhaltsame Art, über die neuesten Trends und Veröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben. Unbedingt. Es verleiht unserem täglichen Leben ein bisschen Unterhaltung. Es ist eine Plattform, auf der verschiedene Standpunkte und Perspektiven zum Ausdruck gebracht werden können. Es ist wichtig, Raum für unterschiedliche Meinungen und Diskussionen zu haben. Es fördert kritisches Denken und Verstehen verschiedener Seiten. Der Geschäftsbereich ist auch sehr informativ. Ja, es bietet Einblicke in Wirtschaft, Märkte und Finanzen. Es ist nützlich, um über Geschäftstrends und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Unbedingt. Es ist wichtig, sich der Geschäftswelt bewusst zu sein. Der Lifestyle-Bereich ist ebenfalls beliebt. Es behandelt verschiedene Themen wie Mode, Gesundheit und Wohnen. Es bietet Tipps und Ratschläge, wie wir unser tägliches Leben verbessern können. Es ist eine großartige Inspirationsquelle für persönliches Wachstum. Der Bereich für lokale Nachrichten ist entscheidend, um mit unserer Community in Verbindung zu bleiben. Ja, es informiert uns über lokale Ereignisse, Themen und Initiativen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, was in unserer Umgebung passiert. Unbedingt. Es hilft uns, uns zu engagieren und zu unserer Community beizutragen. Ich finde es faszinierend, wie jeder Abschnitt einem anderen Zweck dient. Es ist wie ein Informationsbuffet, das auf verschiedene Interessen zugeschnitten ist. Genau. In einer Zeitung ist für jeden etwas dabei. Vielen Dank, dass Sie die verschiedenen Abschnitte mit mir besprochen haben. Du bist willkommen. Es war ein interessantes Gespräch. Bleib informiert. Ebenso. Lassen Sie uns die Welt weiter anhand von Zeitungen erkunden. Lektion 7. Erkältungen vorbeugen Hey Anna, hast du irgendwelche Tipps zur Vorbeugung von Erkältungen und anderen Krankheiten? Hallo. Es ist zwar nicht immer möglich, Erkältungen zu vermeiden, aber es gibt einige Maßnahmen, die wir ergreifen können. Das ist wahr. Es ist wichtig, gesund zu bleiben und das Risiko zu minimieren. Ein wichtiger Aspekt ist das Praktizieren guter Hygiene. Regelmäßiges und richtiges Händewaschen ist entscheidend, oder? Unbedingt. Es hilft, die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Wie sieht es mit der Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils aus? Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung können unser Immunsystem stärken. Daher ist es wichtig, nahrhaftes Essen zu essen und aktiv zu bleiben. Ja, sie können die Abwehrmechanismen unseres Körpers stärken. Ich habe gehört, dass ausreichend Schlaf auch wichtig ist. In der Tat. Ausreichender Schlaf unterstützt unsere allgemeine Gesundheit und Immunfunktion. Es ist wichtig, Ruhe und Entspannung zu priorisieren. Ein weiterer Tipp ist, engen Kontakt mit kranken Personen zu vermeiden. Das macht Sinn. Die Minimierung der Exposition gegenüber Keimen ist entscheidend. Und wenn sie sich erkälten, kann es helfen, viel Flüssigkeit zu trinken. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig für die Erholung, oder? Unbedingt. Es hilft, unseren Körper mit Feuchtigkeit zu versorgen und unterstützt die Heilung. Gibt es natürliche Heilmittel, die Erkältungssymptome lindern können? Manche Menschen finden Erleichterung bei warmen Flüssigkeiten, Honig- oder Kräutertees. Es ist gut zu wissen, dass es alternative Komfortoptionen gibt. Definitiv. Denken Sie daran, einen Arzt aufzusuchen, wenn die Symptome anhalten. Das ist ein kluger Vorschlag. Es ist wichtig, bei Bedarf ärztlichen Rat einzuholen. Vorbeugen ist immer besser als heilen, aber es ist gut, Optionen zu haben. Unbedingt. Proaktive Maßnahmen können einen Unterschied machen. In der Tat. Es geht darum, für unser Wohlbefinden zu sorgen. Vielen Dank, dass Sie diese präventiven Tipps geteilt haben. Du bist willkommen. Bleib gesund und pass auf dich auf. Ebenso. Lassen Sie uns unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden Priorität einräumen. Lektion 8. Mode und persönlicher Stil Hey Anna, hast du irgendwelche Tipps, wie ich meinen Outfits-Klasse verleihen kann? Hallo. Eine Möglichkeit, Ihren Stil zu verbessern, besteht darin, auf Details zu achten. Das macht Sinn. Auf welche Details sollte ich mich konzentrieren? Gibt es spezielles Zubehör, das Sie empfehlen? Es hängt von Ihrem persönlichen Stil ab, aber ein klassischer Ledergürtel oder eine hochwertige Handtasche können nie etwas falsch machen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist mit Farben und Mustern? Das Experimentieren mit verschiedenen Farbkombinationen und subtilen Mustern kann für einen raffinierten Look sorgen. Es geht also nicht nur darum, die ganze Zeit einfarbig zu tragen? Genau. Das Spielen mit komplementären Farben kann deine Outfits interessanter machen. Das ist ein toller Tipp. Was ist mit der Fellpflege? Es ist wichtig, auf sich selbst aufzupassen. Die richtige Pflege verleiht Ihrem gesamten Erscheinungsbild Glanz. Regelmäßige Haarschnitte und gut gepflegte Gesichtsbehaarung können also einen Unterschied machen? Unbedingt. Es zeigt, dass Sie auf Details achten und stolz auf Ihr Aussehen sind. Gibt es bestimmte Kleidungsstücke, die klasse ausstrahlen? Gut geschnittene Anzüge, knackige weiße Hemden und hochwertige Schuhe sind eine zeitlose Wahl. Es scheint wichtig zu sein, in einige wichtige Teile zu investieren. Unbedingt. Qualität vor Quantität ist eine gute Regel, die es zu befolgen gilt. Mir ist aufgefallen, dass manche Menschen einen einzigartigen persönlichen Stil haben. Irgendwelche Gedanken dazu? Den eigenen Stil zu entwickeln ist eine Reise. Es geht darum, auszudrücken, wer du bist. Es geht also nicht nur darum, Trends zu folgen? Genau. Experimentieren und das Annehmen, was bei Ihnen ankommt, ist der Schlüssel. Das ist eine erfrischende Perspektive. Mode ist eine Form der Selbstdarstellung. Das ist es auf jeden Fall. Es ist eine Gelegenheit, Ihre Individualität unter Beweis zu stellen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ich werde sie im Hinterkopf behalten. Lektion 9 – Die Macht der Literatur Hallo Anna, warst du schon einmal tief bewegt von einem Buch oder einem Roman? Hallo! Absolut! Gute Literatur hat die Kraft, unsere Herzen und Gedanken zu berühren. Können Sie ein Beispiel für ein Buch nennen, das einen tiefgreifenden Einfluss auf Sie hatte? Ganz gewiss. The Satanic Verses von Salman Rushdie war eine fesselnde und zum Nachdenken anregende Lektüre. Was hat es für dich so beeindruckend gemacht? Die Art und Weise, wie Rushdie Themen Identität, Religion und kulturelle Auseinandersetzungen erforschte, war wirklich bemerkenswert. Ich verstehe, warum es bei dir Anklang gefunden hat. Literatur kann ein Spiegel der Gesellschaft sein. Genau! Es ermöglicht uns, über unsere eigenen Erfahrungen nachzudenken und uns in andere hineinzuversetzen. Gibt es noch andere Bücher, die dich unterhalten haben? Oh, reichig! Gone Girl von Gillian Flynn ist ein packender Thriller, der mich auf Trab gehalten hat. Ich lese gerne spannend. Was ist mit Büchern, die Wissen vermitteln? Sapiens, A Brief History of Human Kind, von Yuval Noah Harari, bietet faszinierende Einblicke in die Entwicklung unserer Spezies. Lernen beim Lesen kann eine bereichernde Erfahrung sein. Unbedingt! Es erweitert unseren Horizont und vertieft unser Verständnis der Welt. Gibt es Genres, die du besonders magst? Ich habe ein Fäbel für historische Romane. Es versetzt mich in verschiedene Zeiträume. Historische Fiktion kann eine großartige Möglichkeit sein, auf ansprechende Weise etwas über Geschichte zu lernen. In der Tat! Es vereint das Beste aus beiden Welten, Unterhaltung und Bildung. Hast du Empfehlungen für jemanden, der anfangen möchte, mehr zu lesen? To Kill a Mockingbird, von Harper Lee, ist ein zeitloser Klassiker, den jeder lesen sollte. Ich habe großartige Dinge über dieses Buch gehört. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Das ist wunderbar. Ich bin sicher, du wirst es genießen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Buchempfehlungen geteilt haben. Ich freue mich darauf, in einige neue Lektüre einzutauchen. Lektion 10, Abenteuer im Freien. Hallo Anna. Ich freue mich riesig auf unsere Wanderung an diesem Samstag. Hallo. Ich auch. Die Natur zu erkunden ist immer ein aufregendes Erlebnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Natur hat eine Art, Geist und Seele zu verjungen. Absolut. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich von der Hektik des täglichen Lebens zu lösen. Warst du schon auf dem Wanderweg, den wir besuchen wollen? Ja, ich war ein paar Mal dort. Es bietet atemberaubende Ausblicke und ein abwechslungsreiches Gelände. Das klingt unglaublich. Ich freue mich darauf, in die Schönheit der Natur einzutauchen. Es wird mit Sicherheit ein unvergessliches Abenteuer. Gibt es etwas Spezielles, das wir für die Wanderung vorbereiten sollten? Bequeme Wanderschuhe, Sonnencreme und viel Wasser sind unerlässlich. Gut zu wissen. Ich sorge dafür, dass ich die Sachen packe. Vergessen Sie nicht, auch ein paar Snacks mitzubringen. Sie sind in den Tausend praktisch. Tolle Erinnerung. Ich packe ein paar Energieriegel und Obst ein. Perfekt. Lassen Sie uns jetzt über die Route sprechen. Fühlen Sie sich mit einem moderaten Schwierigkeitsgrad wohl? Unbedingt. Ich mag es, Herausforderungen zu stellen und mich ein bisschen anzustrengen. Das ist der Geist. Es lohnt sich immer, neue Höhen zu erkirmen. Ich stimme zu. Es geht nicht nur darum, den Gipfel zu erreichen, sondern auch um die Reise selbst. Ich freue mich, dass wir die gleiche Begeisterung für Outdoor-Abenteuer teilen. Ich auch. Es macht immer mehr Spaß, mit gleichgesinnten Freunden auf Entdeckungsreise zu gehen. Auf jeden Fall. Es ist die perfekte Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unsere Wanderung wird voller Gelächter und gemeinsamer Erlebnisse sein. Ich kann es kaum erwarten, dass Samstag kommt. Es wird ein epischer Tag. In der Tat. Die Natur erwartet uns mit offenen Armen. Wir sehen uns am Samstag bei unserem großen Abenteuer. Wir sehen uns dann. Lassen Sie uns gemeinsam die Schönheit der freien Natur genießen. Lektion 11. Wetterwunder Hey Anna, das Wetter kann so unberechenbar sein. Findest du nicht? Hallo. Absolut. In einem Moment ist es sonnig, im nächsten regnet es. Du hast recht. Es ist immer ratsam, auf alle Wetterbedingungen vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Ich habe es ein paar Mal auf die harte Tour gelernt. Welche Schritte unternehmen Sie, um besser vorbereitet zu sein? Ich habe immer einen Regenschirm oder einen Regenmantel in meiner Tasche, nur für alle Fälle. Das ist eine kluge Idee. Ich sollte anfangen, dasselbe zu tun. Vorsicht ist besser als Nachsicht, besonders bei unvorhersehbarem Wetter. Absolut. Es macht keinen Spaß, ohne Schutz in einen plötzlichen Regenguss geraten zu werden. Und vergiss die Schichten nicht. Sie sind praktisch, wenn sich die Temperatur im Laufe des Tages ändert. Guter Punkt. Es ist wichtig, dass wir unsere Kleidung entsprechend anpassen. In der Tat. Wenn wir uns in Schichten kleiden, können wir uns an wechselnde Wetterbedingungen anpassen. Haben Sie Tipps, um sich bei extremem Wetter wohl zu fühlen? Bei heißem Wetter ist es wichtig, atmungsaktive Stoffe zu tragen und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das macht Sinn. Wie wäre es bei kaltem Wetter? Das Tragen von Thermokleidung und das Tragen eines hochwertigen Mantels helfen, die Kälte in Schach zu halten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, in verschiedenen Wettersituationen auf uns selbst aufzupassen. Absolut. Unser Wohlbefinden sollte Priorität haben, unabhängig vom Wetter draußen. Haben Sie jemals extreme Wetterereignisse erlebt? Zum Glück nichts allzu Ernstes. Aber ich bin auf schwere Schneestürme und intensive Hitzewellen gestoßen. Es ist faszinierend, wie sehr die Wettermuster auf der ganzen Welt variieren können. In der Tat. Mutter Natur ist eine mächtige Kraft, die wir immer respektieren sollten. Das ist wahr. Wir können das Wetter nicht kontrollieren, aber wir können vorbereitet und anpassungsfähig sein. Genau. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen dem Genießen der Natur und der Sicherheit zu finden. Gut gesagt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse zum Umgang mit unvorhersehbarem Wetter geteilt haben. Lektion 12 Wunder der Berge Hallo Anna, bist du schon einmal auf einen Berg gewandert und hast den Blick hinunter ins Tal genossen? Hallo. Ja, habe ich. Es ist ein atemberaubendes Erlebnis, von hoch aufragenden Gipfeln umgeben zu sein. Absolut. Das Gefühl, ganz oben auf der Welt zu sein, ist unbeschreiblich. Das ist es wirklich. Und oben ist das Klima typisch für ein Berggebiet mit immergrünen Bäumen. Das klingt malerisch. Ich kann mir vorstellen, dass der frische Duft von Pinien die Luft erfüllt. Du hast recht. Der Duft der Natur ist belebend und trägt zum Gesamterlebnis bei. Welche anderen Merkmale sind Ihnen beim Wandern in Berggebieten aufgefallen? Nun, neben den immergrünen Bäumen hat man oft felsiges Gelände und einen atemberaubenden Panoramablick. Ich liebe den Kontrast zwischen den schroffen Felsen und dem üppigen Grün. Es erzeugt ein Gefühl der Ehrfurcht und Wertschätzung für die Kraft und Schönheit der Natur. Auf jeden Fall. Das Wandern in den Bergen ermöglicht es uns, uns auf einzigartige Weise mit der Erde zu verbinden. Und vergessen wir nicht die Tierwelt. In Bergregionen leben oft verschiedene Arten. Das ist wahr. Einen majestätischen Adler oder ein verspieltes Eichhörnchen zu beobachten, macht die Reise noch aufregender. Es ist, als würde man in eine andere Welt eintauchen, weit weg vom Lärm und den Ablenkungen des Alltags. Es ist eine Gelegenheit, sich wieder mit uns selbst zu verbinden und Frieden in der Ruhe der Natur zu finden. Absolut. Berge erinnern uns irgendwie an unseren Platz im Gesamtbild der Dinge. Bist du beim Wandern in bergigem Gelände schon einmal auf Herausforderungen gestoßen? Ja, steile Hänge und unvorhersehbares Wetter können es körperlich und geistig anstrengend machen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen muss sich unglaublich lohnend anfühlen. Das tut es. Es bringt uns über unsere Komfortzonen hinaus und hilft uns, als Individuen zu wachsen. Ich bin inspiriert, bald eine Bergtour zu planen. Das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Das ist wunderbar zu hören. Denken Sie daran, das Nötigste wie die richtige Ausrüstung und viel Wasser einzupacken. Ich werde dafür sorgen, dass ich für das Abenteuer gut vorbereitet bin. Danke für den Rat. Lektion 13. Globales Spiel Hallo Anna. Wusstest du, dass Teams im Sport oft viele Spieler von außerhalb ihrer Nation haben? Hallo. Ja, es ist faszinierend zu sehen, welche Vielfalt und welches Talent internationale Spieler mitbringen. Absolut. Es verleiht dem Spiel einen einzigartigen Geschmack und eine globale Perspektive. Es ist ein weiteres globales Thema, das in verschiedenen Sportarten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Vielfalt auf dem Feld verstärkt nicht nur den Wettbewerb, sondern fördert auch den kulturellen Austausch. Du hast recht. Es ist eine Gelegenheit für Spieler, mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen zu lernen. Und die Fans werden Zeuge der Verschmelzung verschiedener Spielstile und Strategien. Dadurch bleibt das Spiel spannend und unberechenbar, da jeder Spieler seine eigenen Stärken mitbringt. Es ist beeindruckend, wie Sport Grenzen überschreiten und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten vereinen kann. In der Tat. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir trotz unserer Unterschiede durch eine gemeinsame Leidenschaft zusammenkommen können. Haben Sie bei den letzten Sportveranstaltungen herausragende internationale Spieler bemerkt? Absolut. Im Fußball gibt es unglaubliche Talente wie Lionel Messi aus Argentinien und Cristiano Ronaldo aus Portugal. Sie haben weltweite Anerkennung erlangt und Fans jubeln ihnen weltweit zu. Und im Basketball haben Spieler wie Yannis Antetokounmpo aus Griechenland und Luca Doni aus Slowenien große Erfolge erzielt. Ihre Fähigkeiten und ihr Engagement inspirieren aufstrebende Sportler auf der ganzen Welt. Es ist bemerkenswert, wie Sport sprachliche und kulturelle Barrieren überwinden kann. In der Tat. Die universelle Sprache des Sports ermöglicht es uns, uns zu verbinden und die Fähigkeiten des Anderen zu schätzen. Und es geht nicht nur um einzelne Spieler. Internationale Turniere schaffen ein Gefühl von Einheit und freundschaftlichem Wettbewerb. Absolut. Die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele bringen Nationen zusammen, um die Leichtathletik zu feiern. Es ist ein wunderbares Beispiel für die Kraft des Sports, Lücken zu überbrücken und Verständnis zu fördern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sport ist eine Erinnerung an unsere gemeinsame Menschlichkeit und unsere kollektiven Träume. Und es ist nicht auf breiten Sportarten beschränkt. Selbst bei Nischen- oder Regionalspielen finden wir internationale Spieler, die zum Wachstum und zur Entwicklung des Sports beitragen. Das ist wahr. Es ist ein Beweis für die globale Reichweite und den Einfluss des Sports. In der Tat. Lasst uns weiterhin die Vielfalt und Einheit feiern, die internationale Spieler in das Spiel einbringen. Absolut. Auf die Kraft des Sports, Menschen zu verbinden und zu Großem zu inspirieren. Lektion 14, Modefunde Hallo Anna. Hast du den neuesten Trend gesehen, Jeans mit hoher Taille und Crop-Tops zu kombinieren? Die klingen großartig. Hallo. Ja, sie sind eine beliebte Kombination, die einen stillvollen und modernen Look bietet. Ich suche nach neuen Modi-Ideen. Welche anderen Kleidungskombinationen empfiehlst du? Nun, wie wäre es mit einem fließenden Maxi-Kleid gepaart mit einer Jeansjacke? Es ist eine perfekte Mischung aus Eleganz und Lässigkeit. Das klingt nach einem vielseitigen Outfit für verschiedene Anlässe. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Eine weitere Option ist ein maßgeschneiderter Blatzer, der über einem Grafikt-T-Shirt getragen und mit einer Hose mit weitem Bein kombiniert wird. Das ist ein schickes und trendiges Ensemble. Durch das Mischen verschiedener Stile kann ein einzigartiger und modischer Look entstehen. Absolut. Mode ermöglicht es uns, unserer Individualität Ausdruck zu verleihen und mit unterschiedlichen Ästhetiken zu experimentieren. Gibt es bestimmte Farben oder Muster, die in dieser Saison beliebt sind? Erdtöne wie Salbei-Grün und Terracotta sind sehr beliebt, ebenso wie kräftige Blumendrucke. Ich werde erwägen, diese Farben und Muster in meine Garderobe zu integrieren. Es ist immer schön, über Modetrends auf dem Laufenden zu bleiben. Auf jeden Fall! Mode entwickelt sich ständig weiter und es ist aufregend, sich anzupassen und neue Stile anzunehmen. Was ist mit Zubehör? Gibt es unverzichtbare Artikel, die ein Outfit aufwerten können? Statement-Ohrringe und mehrlagige Heizketten eignen sich hervorragend, um einen Hauch von Glamour zu verleihen. Vergessen Sie auch nicht eine stylische Handtasche oder einen trendigen Gürtel. Accessoires können in der Tat einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, einen Look zu vervollständigen. Ich werde sicherstellen, dass ich in einige auffällige Stücke investiere. Tolle Idee! Sie können ein schlichtes Outfit im Handumdrehen in ein stilvolles Ensemble verwandeln. Apropos Mode. Hast du irgendwelche Lieblingsmode-Influencer oder Blogs, denen du folgst? Ja, ich liebe es, Mode-Influencern wie Ad Fashionista Live zu folgen und Blogs wie Style Sensation zu lesen. Sie bieten großartige Inspirationen und Tipps. Ich werde sie mir ansehen. Es ist immer hilfreich, sich von Mode-Experten inspirieren zu lassen. Absolut. Es ist eine unterhaltsame Art, auf dem Laufenden zu bleiben und neue Styles zu entdecken, die ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Ich schätze deine Mode-Einblicke. Es war aufschlussreich, über verschiedene Mode-Ideen zu diskutieren. Du bist willkommen. Mode ist eine so dynamische und kreative Welt, und es ist aufregend, sie gemeinsam zu erkunden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, uns durch die Kunst der Mode auszudrücken. Hallo Anna. Wie wäre es mit einem Sushi-Abend? Wir brauchen Sushi-Reis, Seetang, frischen Fisch oder Gemüse und Sojasauce. Hallo. Das klingt köstlich. Sushi ist immer eine gute Wahl für eine unterhaltsame und schmackhafte Mahlzeit. Absolut. Es ist eine perfekte Gelegenheit, verschiedene Geschmacksrichtungen zu entdecken und uns an der Sushi-Zubereitung zu versuchen. Ich freue mich. Die Zubereitung von Sushi kann ein kreatives und interaktives Erlebnis sein. Hast du schon einmal Sushi gemacht? Ja, ich habe versucht, zu Hause einfache Brötchen zuzubereiten. Es macht viel Spaß und ist überraschend einfach, wenn man einmal den Dreh raus hat. Das ist großartig. Ich freue mich darauf, von deinen Fähigkeiten zur Sushi-Zubereitung zu lernen. Wir beginnen mit der Zubereitung des Sushi-Reis. Für diesen authentischen Geschmack muss er richtig gekocht und gewürzt werden. Ich werde sicherstellen, dass ich deine Anweisungen befolge. Was ist der nächste Schritt nach dem Reis? Wir müssen den frischen Fisch oder das Gemüse in dünne Streifen schneiden. Es ist wichtig, eine Vielzahl von Füllungen für verschiedene Sushi-Sorten zu haben. Abwechslung ist der Schlüssel. Ich werde darauf achten, eine farbenfrohe Auswahl an Gemüse und vielleicht auch etwas marinierten Tofu auszuwählen. Exzellente Entscheidungen. Die Kombination von Aromen und Texturen macht unsere Sushi-Rollen interessant und köstlich. Und vergessen wir nicht die Algen. Es ist ein wesentlicher Bestandteil für das Einwickeln der Sushi-Rollen. Das ist richtig. Wir können den Seetang verwenden, um den Reis und die Füllungen zu umhüllen, so dass ein kompakter und würziger Biss entsteht. Sobald wir alle Komponenten fertig haben, können wir mit dem Rollen des Sushi beginnen. Hast du irgendwelche Tipps zum Rollen? Beim Rollen ist es wichtig, sanften Druck auszuüben und einen festen Griff beizubehalten, damit die Rollen zusammenhalten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Das Rollen von Sushi erfordert eine zarte Berührung, aber ich nehme die Herausforderung an. Ich habe Vertrauen in deine Fähigkeiten im Sushi-Rollen. Es geht nur darum, zu üben und Spaß am Prozess zu haben. Ich danke dir. Ich freue mich darauf, meinen inneren Sushi-Kopf zu entfesseln. Sobald wir das Sushi gerollt haben, können wir es in mundgerechte Stücke schneiden und auf einer Platte anrichten. Präsentation ist der Schlüssel. Lassen Sie uns unsere Sushi-Platte optisch ansprechend und verlockend gestalten. Einverstanden. Und zum Schluss können wir unser hausgemachtes Sushi mit etwas Sojasoße und vielleicht einer Beilage aus Wasabi und eingelegtem Ingwer genießen. Es klingt wie der perfekte Sushi-Abend. Ich kann es kaum erwarten, die Aromen zu genießen und unsere kulinarische Kreation zu genießen. Ich auch. Krempeln wir die Ärmel hoch und begeben wir uns gemeinsam auf dieses Abenteuer der Sushi-Herstellung. Und zum Schluss können wir uns gemeinsam auf dieses Abenteuer der Sushi-Herstellung.